Stoffels Immobilien, Ihr Immobilienmakler in Düren und Umgebung. Wir sind seit 60 Jahren in der dritten Generation für Sie als Immobilienmakler und Verwalter Ihrer Immobilien tätig. Unsere Leistungen reichen vom Kaufen bzw. Mieten über Wertermittlungen bis hin zum Verkauf. Dienstleistungen im Bereich der Hausverwaltung und Vermietung von Objekten gehören ebenso zu unserem Portfolio. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Serviceversprechen. Stoffels Immobilien, Ihr sind in Düren und Umgebung zu Hause.